Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass Sie dabei sind. Unser heutiges Thema. Vielfalt gestalten, Teams stärken. Und unser heutiger Gast ist Jared Dibaba. Er ist Schauspieler, Fernsehmoderator, Entertainer, Autor, Sänger und ausgebildeter Diversity-Trainer. Hallo Herr Dibaba. Ja, moin Herr Bayer. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, moin nach Hamburg zurück. Mal so eine Einstiegsfrage, Herr Dibaba. Wer hat Sie am meisten beeinflusst oder inspiriert? Und warum im Leben? Meine Eltern. Ja. Ganz einfach. Meine Eltern haben irgendwie intrinsisch schon das praktiziert und gelebt, das, was ich in meiner Ausbildung zum Diversity-Trainer gelernt habe. Sie hatten schon Worte. Und für die Dinge, die passieren, die Sie sehen, die Sie spüren, haben als MultiplikatorInnen sich engagiert in der Gesellschaft, in Ihrem Bereich, in Netzwerken. Und das fand ich schon als Kind beeindruckend. Und in meiner Jugend, in meiner weiteren Laufbahn, auch wenn ich natürlich als Jugendlicher mich auch gegen meine Eltern aufgelehnt habe und rebelliert habe. Aber das habe ich dann auf andere Art und Weise gemacht. Ja, ich habe mal so ein bisschen recherchiert und wir haben tatsächlich die Grundausbildung haben wir gleich. Sie haben auch Groß- und Außenhandelskaufmann, haben Sie gelernt, ne? Ich habe auf Wunsch meines Vaters was Anständiges gelernt und das war Groß- und Außenhandelskaufmann tatsächlich. Und mein Vater wollte eigentlich auch, dass ich studiere. Ich habe jetzt nicht an der Uni studiert, deswegen bin ich kein Akademiker, aber ich habe eine Schauspielausbildung gemacht. Und die hat mir in meinem Beruf sehr geholfen. Ja, ja, interessant. Wirklich interessant. Aber da sind wir ja schon im Berufsleben eigentlich drin, ne? Also Ausbildung und so weiter. Es geht eigentlich darum, inklusive Arbeitsumgebung. Wie können denn Unternehmen überhaupt für die Vielfalt der Mitarbeiter erstmal sorgen im Unternehmen? Dass sie anerkannt werden, aber auch gefördert werden. Ich glaube, es ist wichtig, erstmal sich bewusst dazu zu bekennen und zu sagen, okay, wir sind ein Unternehmen. Wir sehen, dass wir ein Unternehmen sind, was Vielfalt lebt, was Vielfalt einlebt und was auch bewusst mit Vielfalt umgeht. Also Vielfalt ist ja nicht etwas, wo wir uns entscheiden, wollen wir oder wollen wir nicht, sondern unsere Gesellschaft ist vielfältig. Das ist einfach eine Realität, die es schon immer gab. Es geht ja nicht nur um das Thema Herkunft oder Geschlechter, sondern es geht auch um die Gesundheit. Es geht um die soziale Herkunft. Es geht um Religion, um Gesinnung, um die Bildung. Vielfalt ist sehr facettenreich und die Kombination der Diversitätsdimensionen oder Merkmale macht ja uns als Individuen nochmal aus. Und ein Unternehmen kann das Sehen, Anerkennen und das Fördern und Unterstützen oder sagen, es ist, wie es ist und ihr könnt zusehen, wie ihr damit klarkommt. Aber die Letzteren werden wohl das Nachsehen haben, weil die werden wohl demnächst keine Mitarbeiter mehr finden, wo keine gute Unternehmenskultur entsprechend gelebt wird. So ist wenigstens meine Erfahrung. Wir sprechen ja alle über Fach- und Führungskräftemangel. Aber es wird immer noch der gleiche Dreh gemacht beim Bewerbermanagement. Ja, es sind die gleichen Sachen, die wir vor 50 Jahren gemacht haben. Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Assessment Center und so weiter und so fort. Und auf Vielfalt wird so stark gar nicht beachtet. Und es gibt ja Studien, zum Beispiel von McKinsey 2015, dass Diversity, egal in welcher Art und Weise das gefördert wird, auf jeden Fall den Umsatz erhöht und auch die Zufriedenheit. Also auch von innen heraus, das darf man gar nicht vergessen. Dass man da viel mehr leisten kann. Aber es muss natürlich von den Unternehmenslenkern irgendwo dann auch gelebt werden, meiner Meinung nach. Weil es kann nicht von den einzelnen Mitarbeitern irgendwo kommen. Wie ist da Ihre Erfahrung? Ja, also ein Unternehmen muss die Struktur dafür schaffen und muss Ressourcen bereitstellen, dass Diversität fördert. Das trägt auf der einen Seite, wie Sie schon gesagt haben, zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden bei. Und kann aber auch dazu beitragen, dass ein Unternehmen einen größeren Kundenkreis ansprechen kann. Dass die Kundschaft dann auch diverser ist und größer wird. Und wenn ich ein diverses Team habe, geschlechterdivers, herkunftsdivers, also an bestimmten Diversitätsaspekten gut vertreten ist, gibt es ja auch unterschiedliche Perspektiven auf die Kundschaft, auf Probleme bei Problemlösungen. Aber auch im Punkto Kreativität haben wir einfach einen größeren Pool an Menschen, die sich mit einbringen. Und das ist für ein Unternehmen eine ganz wichtige und eine große Ressource, wenn man sie bewusst nutzt. Ja, da kommt ja wieder diese typische German Angst, kommt dann wieder von den Unternehmen natürlich hoch und sagen, ja, lass es mal lieber so bleiben, wie es ist. Und somit kriegen wir aber im Endeffekt diese Transformation, die wir alle brauchen, gerade in Deutschland. Gucken Sie sich die Zahlen an, also die Wirtschaftszahlen, die sind wirklich katastrophal momentan. Wenn man so die letzten 15 Jahre auch schaut, ist da kaum Wirtschaftswachstum irgendwo drin, also minimal irgendwo. Und es geht im Endeffekt meiner Meinung nach auch gar nicht so weiter. Das heißt, es muss irgendwo von den Unternehmen her, von innen heraus, irgendwo gelebt werden. Und welches Diversity Management würden Sie denn da vorschlagen für die einzelnen Unternehmen? Kann man da so eine Schablone nehmen oder ein Beispiel? Das kann man nämlich nicht, weil das ist tatsächlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die praktizieren das schon intrinsisch, weil sie vielleicht Arbeitszeitmodelle haben, die familienfreundlich sind, wo Familien, Eltern Zeit haben, auch für die Familie sich mal auszuklinken oder das miteinander in Einklang zu bringen. Oder bei der Generationenvielfalt darauf zu achten, dass die Arbeitsbedingungen für ältere Mitarbeitende gut sind, dass die Zeiten gut sind, dass darauf geachtet wird, dass der Wissenstransfer von der älteren Generation zur jüngeren beziehungsweise auch von der jüngeren in puncto Digitalität oder Digitalisierung auch Richtung ältere, dass dieser Austausch gut läuft. Es gibt einige Unternehmen, die machen das so schon, ohne das Diversity Management zu nennen. Da muss man jetzt nicht irgendwie von der Stange jetzt irgendwas draufsetzen. Und es gibt Unternehmen, da ist noch gar nichts passiert. Und da ist es wichtig, wirklich von Anfang an loszulegen. Und dann gibt es auch intern eine Diversität, was die Kompetenz angeht. Menschen stehen an unterschiedlichen Punkten und haben unterschiedliches Wissen, unterschiedliche Geschwindigkeiten auch damit umzugehen. Und auch dem muss man Rechnung tragen. Und da ist es auch wichtig, dass die Unternehmen da richtig mit umgehen. Deswegen gibt es kein Programm von der Stange, auch was die Sprache angeht. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir wollen an unserer Sprache arbeiten, nach außen und nach innen, an unserer Kommunikation. Da ist es auch wichtig zu gucken, wie ist die Sprache intern, mit was für Personen arbeiten wir, wie sieht die Kundschaft wieder aus, was für eine Sprache passt da, wie können wir dort mit den Kundinnen umgehen. Und das sind Themen, da muss man sich wirklich hinsetzen und bei jedem Unternehmen individuell gucken. Das heißt, sogar an jedem Team muss man sehr wahrscheinlich reinschauen, weil die ja auch wieder total divers sind. Und wir haben, glaube ich, noch ein Thema, glaube ich, vergessen. Und zwar sind das die Älteren. Ich sage mal 50 plus. Ich glaube, wir beide gehören ja auch mittlerweile dazu. Aber ich finde es so ein bisschen, so ein Geschmäckle hat es so 50 plus. Ich nenne es lieber Lebenskenner. Das ist für mich so passender. Also die Lebenskenner, dass die auch der Jugend so mal ein bisschen mehr was erzählen und die Jugend auch den Lebenskennern etwas erzählen, dass sie ebenfalls davon lernen. Das hatten Sie ja gerade auch schon erwähnt. Und das finde ich sehr spannend, dass man eben halt nicht mit diesen negativen Namen wie SilverAger oder so hausieren geht, sondern tatsächlich dann auch sagt, ja, die kennen sich wirklich aus und die sind auch wichtig in Unternehmen. Und leider ist unsere Erfahrung wenigstens von unserem Portal her, Hidden Candidates, dass eben halt die Älteren nicht mehr so beachtet werden. Aber die müssen heute bis 67 oder vielleicht in ein paar Jahren sogar noch länger arbeiten. Und dann kann man die nicht mit 50 plus einfach abstempeln. Ihr seid nichts mehr wert. Und das sind gerade so die Wissensträger, die wir, glaube ich, brauchen, die Altes und Neues vielleicht miteinander kombinieren können. Also ich finde es da extrem wichtig, da auch drauf zu schauen. Und die Unternehmen sagen ja meistens, ja, es kostet zu viel, zu hohe Einstellungskosten. Die sind nicht mehr agil genug und so weiter. Und ich würde heute sagen, ich bin sicherlich auch nicht mehr so ganz agil, aber man hat dann eben halt andere Methoden, um etwas umzusetzen, ja, und mehr Gelassenheit auch da bereit zu geben, ja. Oder ist das bei Ihnen im Alltag nicht auch so? Bei mir ist es auch so. Ich merke es in meinem Team. Wir sind auch, was das Alter angeht, divers. Und für uns ist das eine wichtige Ressource, wenn wir Themen haben, dass wir unterschiedliche Perspektiven haben, dass wir unterschiedliche Potenziale haben. Das ist einmal im Strategischen, aber auch im Wissen und in der Erfahrung, dass es da eine andere Ruhe vielleicht gibt oder eine andere Souveränität bei bestimmten Themen, wo wiederum in anderen Themen die jüngere Generation eine Souveränität und eine Gelassenheit hat. Und wenn man das in einem Team miteinander vereinen kann, dann finde ich, ist es optimal. Ja, und wie können denn Unternehmen das sicherstellen, dass alle Beschäftigten die gleichen Chancen haben? Ja, sich zu entwickeln und ja volles Potenzial auszuschöpfen. Sie geben ja auch Workshops dazu. Ja. Ja? Wie sieht das zum Beispiel so etwas aus? Ich versuche in meinen Workshops oder das Ziel in meinen Workshops ist es, den Menschen Lust auf Vielfalt zu machen, weil das ist in erster Linie ja nicht ein rationales Thema, sondern es ist ein Thema, wo wir lernen, unsere Herzen zu öffnen. Das hört sich jetzt banal an, aber es ist ganz wichtig, dass wir sehen, dass wir unterschiedlich sind auf der einen Seite und dass wir auf der anderen Seite sehen. Es gibt aber auch vieles, was uns verbindet. Und beides ist gut. Also in der Verschiedenheit liegt das Besondere und in der Gemeinschaft liegt das Stärkende. Und in den Workshops versuche ich den Teilnehmenden zu zeigen, worin wir uns unterscheiden, was das für Aspekte sind und wo wir Gemeinsamkeiten haben, wo wir eine gemeinsame Basis haben, auf der wir auch aufbauen können, um dann zu zeigen, was bedeuten Privilegien, was bedeutet Diskriminierung, also im Sinne von Zugang und Ausschluss. Wie funktioniert Diskriminierung? Wie funktioniert Diskriminierung in der Sprache? Weil viele fragen sich, was kann man heute noch sagen? Wir können vieles sagen, wenn wir auch bereit sind, die Reaktionen dann zu akzeptieren, die es auf das gibt, was wir sagen. Und auf der anderen Seite können wir auch eine achtsame Sprache verwenden, ohne andere Menschen zu kränken. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von uns schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass sie wegen einer Aussage, wegen eines Wortes, wegen eines Verhaltens anderer Personen uns ausgeschlossen gefühlt haben. Und dieses Gefühl von nicht dazu zu gehören und ausgeschlossen zu sein, ist, glaube ich, für niemanden ein schönes Gefühl. Und das können wir reduzieren und versuchen, ein Teamgefühl, ein Wir-Gefühl zu schaffen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir gerade im digitalen Bereich viel Ausschluss und viel Konflikte und viel Polarisierung erleben. Brauchen wir da nicht für mehr ein Stück Empathie und vielleicht auch Nachsicht? Das hört sich jetzt so wehleidig an, aber ich glaube, wir sind nicht mehr, wir werden ja leider so erzogen, auch in der Schule Ellenbogen denken. Es geht um die beste Note, es geht da um Klassenprimus zu werden. Aber brauchen wir heute nicht andere Teams, wo wir wirklich mehr Empathie und dann geht es auch um Kommunikation, dass wir das vielleicht einfach besser gestalten können? Ja, ich glaube, das geht auch darum und es geht auch darum, Wissen zu vermitteln. Dadurch, dass wir Wissen und Fakten den Menschen vermitteln, was Ausschluss, was Diskriminierung mit Menschen macht, dass es nämlich die Produktivität reduziert, dass es Menschen in ihrer Arbeit einschränkt, dass es Menschen einschränkt, sich zu entfalten, kreativ zu sein, dass es jetzt nur auf der Arbeitsebene, wenn wir das wissen, also was es auch in Geschäftszahlen hinterher bedeutet, dann verstehen einige Menschen dann auch, aha, okay, das bedeutet das in Zahlen. Es gibt ja auch noch einen menschenrechtlichen Aspekt, das Recht auf Teilhabe. Wir wollen alle teilnehmen. Wir wollen am Leben teilhaben. Wir wollen in der Berufswelt teilhaben. Wir wollen im Privatleben, in der Freizeit teilhaben, in der Familie. Wir wollen dabei sein. Und wir wollen, wenn wir es nicht wollen, auch dann selbstbestimmt sagen, ich möchte mich zurückziehen. Aber dieses Selbstbestimmte und die Möglichkeit und das Recht auf Teilhabe ist ein Menschenrecht. Und das sollten wir, soweit es geht und so gut wie möglich, wirklich gewährleisten und darauf achten. Im Englischen spricht man von Accessibility, also von zugänglich. Im Deutschen sprechen wir von Barrierefreiheit. Ich finde das Wort zugänglich viel schöner, als wenn wir uns auf die Barrieren konzentrieren, also auf die Perspektiven des Individuums sich zu stellen und zu sagen, wie schaffen wir es, dass dieses Individuum von A nach B kommt, von der Bahn ins Büro. Vom Schreibtisch ins Internet oder wie auch immer. Okay. Und dann natürlich, wenn wir jetzt über den Zugzug von Fachkräften aus dem Ausland sprechen, ist natürlich auch die Sprache wichtig. Dass die Unternehmen eben auch das fördern, entsprechend mit Sprachkursen und so weiter, dass sie natürlich dann auch verstehen, was da ist. In vielen großen Unternehmen werden natürlich Englisch gesprochen, aber das ist im Deutschen, glaube ich, noch so ein bisschen anders. Da wird immer noch Deutsch gesprochen. Zwar international ist das anders, aber hier. Deshalb war das, glaube ich, wenn ich mich erinnere, das muss so 2002, 2003 gewesen sein, noch zu Kanzler-Schröder-Zeiten mit der Green Card. Dann hat man die Inder angeworben, dass sie rüberkommen, aber die kamen alle gar nicht, weil eben halt hier kaum Englisch gesprochen ist. Über 20 Jahre auch schon her. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Problem, die Akzeptanz auch von den Menschen hier in Deutschland, da so einen Schritt weiter zu gehen und auch eine andere Sprache dann auch zu akzeptieren oder verstehen zu lernen. Ja, also das ist eine Frage des Lernens und der Erfahrung. Und ich finde, hier in Deutschland haben wir schon einiges gelernt. Und ich bin viel unterwegs, sowohl im urbanen oder im städtischen Bereich als auch im ländlichen Bereich. Ich glaube, dass die Menschen schon offener geworden sind und sich anders entwickelt haben. Ich lebe jetzt seit 45 Jahren hier in Deutschland und beobachte zumindest eine positive Entwicklung und eine Bereitschaft, sich dem auch zu öffnen. Aber die Welt dreht sich schnell. Das Tempo, wie andere Länder voranschreiten, ist natürlich schneller. Wenn wir gucken, Länder wie USA, Großbritannien, Frankreich, die haben eine andere Kompetenz aufgrund der Bevölkerungsstruktur und der Demografie. Da müssen wir etwas nachholen und mehr lernen. Aber wenn man jetzt im städtischen Bereich schaut, höre ich schon sehr oft Menschen, die eine andere Sprache sprechen, außer nicht nur Plattdeutsch, sondern auch Hochdeutsch. Und das finde ich schon mal gut. Vor allem auch bei jungen Menschen, die einen internationalen Hintergrund haben. Da sagen Sie gerade Plattdeutsch. Sagen Sie doch bitte mal Diversity auf Plattdeutsch. Kuddelmuddel, so heißt auch mein Podcast tatsächlich. Ich finde es so stark. Ich finde es einfach so stark. Das ist tatsächlich eine Idee, die mir gekommen ist, weil mir war es wichtig, dass die Menschen auch mit Lust und auch mit einer gewissen Leichtigkeit an das Thema Diversity rangehen. Diversity ist nicht nur ein Wohlfühlthema, das möchte ich an der Stelle sagen, weil es tatsächlich ja auch um Diskriminierung geht und um Ausschluss. Und weil es auch um persönliche Erfahrungen geht von Diskriminierung und Ausschluss. Und dennoch glaube ich, dass es in einigen Bereichen wichtig ist, eine Leichtigkeit zu haben und auch so ein bisschen Dampf rauszunehmen aus den Diskussionen und aus den Gesprächen. Wie gesagt, nicht um immer oberflächlich und das Ganze weich zu spülen, sondern um die Freude dabei zu bewahren. Immerhin gibt es ja ein Gesetz seit 2006, so alt ist es ja auch noch wieder nicht, das AGG, das uns entsprechend auch irgendwo vorschreibt, auch die Bewerbungsunterlagen zu schwärzen und so weiter. Aber der Alltag sieht doch, glaube ich, doch ganz anders aus in den Unternehmen. Also ich habe noch keinen gesehen, der den Eddingstift rausholt und tatsächlich die Namen irgendwo schwärzt. Ich sehe es nicht so. Also es gibt im behördlichen Kontext und in Organisationen und auch in Unternehmen, die genau das machen. Und das finde ich halt wichtig. Es gibt die Charta der Vielfalt. Es gibt Unternehmen, die sich der Charta der Vielfalt anschließen. Also es hat sich schon in einigen Unternehmen etwas getan und die auch bewusst sich für Vielfalt und Diversität entscheiden. Und das müssen wir auch viel mehr feiern und viel bewusster feiern, weil das sind gute Beispiele, die zeigen, das sind Best Practice, das sind Unternehmen, die das gelebt haben, die auch mal gescheitert sind hier und da, die auch ihre Konflikte haben. Es geht ja nicht darum, Konflikte zu vermeiden. Aber wenn es Probleme gibt und Konflikte auftauchen, ist es wichtig, eine Strategie zu haben, wie gehen wir damit um, wenn es Diskriminierung gibt, wenn es einen Vorfall gibt, dass Unternehmen eine Stelle haben, eine Antidiskriminierungsstelle oder eine Beschwerdestelle, wo Menschen hingehen können und sagen, das habe ich jetzt erlebt wegen meines Alters oder wegen meiner sozialen Herkunft oder wegen meiner körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung, das möchte ich jetzt zur Sprache bringen. Dann ermutigt das Menschen und regt andere Teilnehmende in Unternehmen oder in der Gruppe auch dazu an, achtsam miteinander umzugehen. Okay. Da haben Sie ja das richtige Thema ja schon erwähnt. Was sagen Sie denn zu Never Walk Alone? Das wäre ja die englische Übersetzung. Never Walk Alone, genau. Das ist unser Unternehmen, das ist unser Start-up. Philipp Wittgenstein ist der Gründer und der hat sich dem Thema Digitalisierung verschrieben und ich dem Thema Diversität. Er ist Transformationsexperte und Diversity ist auch ein Transformationsthema. Und wir haben gemerkt, es gibt viele Schnittmengen bei dem Bereich und deswegen haben wir uns zusammengetan und uns ausgetauscht und Never Walk Alone heißt, geh nicht alleine, such dir Verbündete, such dir Allies, wie man so schön heißt, die in deine Richtung mitstreiten, mitkämpfen, mitarbeiten und mitgestalten, weil das ist sehr wichtig zu gucken, hast du auch sowas erlebt, hast du auch die Erfahrung gemacht, hast du auch versucht, etwas Neues bei dir im Unternehmen anzuschubsen, wie sind deine Erfahrungen, was kann ich von dir lernen, was kann ich besser machen, das ist dieser Netzwerkgedanke im guten Sinne und deswegen finde ich, Never Walk Alone trifft den Kern. Wir haben uns mit der Firma Segmenta zusammengetan, mit Professor Annika Schach und haben so ein 365-Grad-Diversity-Programm aufgestellt, wie man innerhalb eines Jahres ein Unternehmen unterstützen kann mit einer Reise, mit einer Roadmap und das ist sozusagen auch unser Gedanke von Never Walk Alone. Ja, klasse. Ich lebe ebenfalls Kooperation und gerade der kleine und Mittelstand kommt ein ganzes Stück weiter, wenn wir Kooperationspartner finden, wo die Werte stimmen einfach, ja, und da kann man ganz viel erreichen, mehr als große Unternehmen, die sind gar nicht so agil und können nicht so schnell etwas bewegen und ich glaube, solche Bewegungen brauchen wir wirklich in Deutschland, damit wir einfach gesagt, einfach die Luft nach oben ist noch sehr, sehr noch weit entfernt im Endeffekt, da können wir noch ganz viel schaffen und machen und das sind alles positive Aspekte. Ja, das ist ein bisschen wie beim Flieger, also der Flieger braucht viel Energie beim Starten, bis er, wie wir auf Norddeutsch sagen, den Mors hochkriegt und da muss viel Energie und Zeit und Anstrengung investiert werden, bis der Flieger dann gleiten kann, aber das ist genau das Momentum, was wir brauchen und dass wir alle mit großer Anstrengung uns auch da reinbegeben. Ja. Ich danke für das tolle Gespräch, für die vielen Informationen, hier Vielfalt gestalten, Team stärken mit Yared Dibaba in Hidden Candidates Podcast. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Bayer. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com www.hiddencandidatich.com www.hiddencandidatich.com Bis zum nächsten Mal.